hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen vlog ich dachte ich drehe die woche mal wieder ein bisschen mit wir haben heute montagabend und ich war heute ich musste mich für den schulab melden weil irgendwie ging es nicht gut aber ich dachte heute dieses mal gesagt wird ein produktiver vlog also ich habe mir so das zumindest vorgenommen und ich mache jetzt einfach ein bisschen meine skincare und dachte nämlich dabei mit und ansonsten ich werde ich weiß nicht ob ich morgen das film werde ich heute morgen nach der schule mit einer freundin in die stadt gehen da freue ich mich schon super drauf und ansonsten mache ich aber die tage nicht viel ich schreibe am freitag deutsche aufgabe das ding ist ich finde es immer so schwer für deutsch so zu lernen deshalb keine ahnung wie viel ich dafür machen muss ich habe heute spanisch geschrieben aber ich bin einfach froh dass das jetzt so rum ist ansonsten keine ahnung was diese woche passieren wird aber ihr werdet es auf jeden fall sehen und ich wünsche euch viel viel spaß und wir sehen uns dann nachher ich habe mich jetzt fertig gemacht und ich muss jetzt auch los ähm es ist heute richtig scheißwetter ich sag euch ganz ehrlich ich weiß gar nicht ob ich gestern gefilmt hatte wir haben heute schon wieder welcher tag ist heute mittwoch ja heute ähm es ist jetzt 18 40 und mein vater hat heute geburtstag ähm deshalb habe ich mich jetzt auch noch nicht gemeldet mir geht es irgendwie nicht so gut ich bin bisschen krank aber es kommt immer in so schüben ich habe keine ahnung ich habe gerade ein bisschen sport gemacht und jetzt räume ich auf jeden fall mein zimmer auf ich muss jetzt gleich zur schule los vor zehn minuten oder so ähm das ist mein heutiges make-up und ich muss euch und ich muss euch irgendwann noch storytime von gestern erzählen ich habe die storytime gerade schon auf tiktok erzählt get ready for me ihr könnt mir da gerne folgen leute ähm auf jeden fall ich bin auch immer sehr wie soll ich sagen sehr verwirrt und irgendwie nicht ganz bei mir auf jeden fall muss jetzt gleich los muss noch mal schulsam packen zeig euch kurz mein heutiges ootd es ist nicht allzu besonders ich hab diesen zara pulli an und dann so eine blau anicke jeans ich brauche noch passen ich bin zweites body spray von soldi sanero in der nummer 68 irgendwie ich finde bei diesen bodys face es scheiden sich so die meinungen dazu noch misst die uhr in absolute blumen irgendwie manche lieben manche hassen sich möchte auch dieses lila ne ich hab das früher gehasst jetzt mag ich es irgendwie und keine ahnung ich kann mich nicht ganz entscheiden wenn ich weiß ich brauche noch eine klammer weil ich wollte meine haare irgendwie so ich nehme also entweder ich nehme leoparden oder ich nehme das herz oder ich nehme das herz und ich muss gucken wie das aussieht ich glaube ich nehme die und drehe jetzt noch schnell ein tiktok ich bin mit ruby die ist gerade im bad schule keine ahnung war da nicht ganz okay ich hatte ja erst so ein bisschen wir wollten jetzt in die stadt gehen wenn mit mir der paket ist auch angefangen da freue ich mich auf jeden fall sehr das packe ich nachher aus ich werde ich weiß nicht ob ich noch heute geben würde aber mal sehen wir werden sehen auf jeden fall ich fühle mich so cakey wow wir wollen jetzt eben in die stadt zu starbucks zu und ich muss noch zurück und ja sonst morgens habe ich deutsch aber ich weiß nicht mehr so ganz gut ist das so ziemlich cool ja ich weiß nicht schön machen ja laute es ist ganz schön kalt und wir gehen jetzt zu farbig wir machen wir zu farbig und wir hatten gerade so unsere tiktok prime time prime time wir gehen jetzt los ja tschüss ich träg grad ein hol ich drück jetzt kurz und so ist ja bei mir ne mit mir sehr bestellung angekommen und ich habe gerade dieses kleid an ich glaube ich zeige nachher kurz einfach die sachen und blende dann bilder ein wo ich die an habe ich finde das kleid irgendwie ganz süß ich weiß nicht ja es tut mir super leid dass ich mich in letzter zeit irgendwie zu wenig melde aber ich habe zurzeit sehr viele migränative und schlafe einfach sehr viel und kann oft nicht in mein handy gucken deshalb ja es tut mir leid auf jeden fall erzähle ich einfach kurz was ich schon gemacht habe ich war heute früh beim sport mit meinem vater und anschließend hatten wir ein spiel bei wacker und jetzt hat gehe ich gerade zu greve wir haben jetzt auch schon ich glaube 18 uhr kurz vor 18 uhr ist einfach ein super super schlechtes wetter weil es regnet und es ist so kalt es hat auch heute schon geschneit und irgendwie alles einfach richtig april wetter aber geht das mal drehen wollen dann wir uns nachher